Eine meiner Regeln im Unterricht ist, dass bei Klingeln des Handys in der nächsten Stunde automatisch eine Tüte Gummibärchen fällig ist. Und ganz ehrlich, ich liebe sie einfach und die meisten von euch wohl auch. Umso unerklärlicher, warum es so lange gedauert hat, bis ich ein Video zu diesen kleinen süßen Verführungen gemacht habe. Wir beginnen direkt mit dem Öffnen einer Gummibärchentüte und anhand des Ergebnisses schauen wir uns heute einen rechtzeitigen Hypothesentest an. Ich zeige dir, wie man dort den Ablehnungsbereich mit ein bisschen um die Ecke denken bestimmen kann und so ein paar lustige Funfacts rund um den Mythos Gummibär, die habe ich auch noch im Gepäck. Wir alle wissen, dass es sechs Sorten in sechs verschiedenen Farben gibt. Ananas, Zitrone, Apfel, Orange, Erdbeere und die dunkelroten Himbeerbärchen. Was du aber vielleicht noch nicht wusstest, Funfact Nummer eins, ihr Lächeln haben die Gummibärchen erst im Jahr 1999 erhalten. Die mit Apfelgeschmack gibt es sogar erst seit 2007. Diese grünen Zuckerversuchungen sind das Objekt der Begierde für den heutigen Hypothesentest. Und dass es gerade die Grünen sind, jup, das hat natürlich was mit meinen persönlichen Präferenzen zu tun. Hier ist die Aufgabe. Ein Hersteller von Gummibärchen behauptet, dass der Anteil der grünen Gummibärchen in einer Tüte mit 100 Exemplaren bei 20% liegt. Stell dir einfach die klassische 200g Tüte vor, da sind zwar nicht genau 100 Bärchen drin, aber Pi mal Daumen passt das schon. Ich möchte die Aussage der Firma überprüfen und öffne eine solche Tüte mit 100 Gummibärchen. Als erstes würde ich diese natürlich nach der Farbe sortieren und einmal durchzählen, wie viele von jeder Geschmacksrichtung dabei sind. Für uns interessant sind die Grünen und siehe da, in dieser Stichprobe sind 29 grüne Gummibärchen dabei. Mir persönlich kommt das aber ein bisschen spanisch vor, das scheinen nämlich ganz schön viele zu sein. Ich behaupte daher, dass der Anteil der grünen Bärchen in einer Tüte tatsächlich höher ist als die angegebenen 20%. Wie bei jedem Hypothesentest zweifle ich die Aussage der Firma an und möchte mit einem Signifikanzniveau von 5% entscheiden, bei welcher Anzahl an grünen Gummibärchen die Aussage der Firma statistisch gesehen verworfen werden sollte. Der Aufbau des rechtseitigen Hypothesentests unterscheidet sich nicht wesentlich zu dem eines linksseitigen. Du beginnst also erneut mit der Zufallsvariablen x, die wie immer für die Anzahl der Erfolge, hier und jetzt für die Anzahl der grünen Gummibärchen steht. Der Stichprobenumfang n gibt an, wie viele Bärchen in der Tüte sind, die Erfolgswahrscheinlichkeit p erhältst du aus der Firmenaussage. Genau diese Aussage formulierst du auch in der Nullhypothese H0. 20% der Gummibärchen sollen grün sein. Die 29 Gummibärchen in der Stichprobe sind mir aber viel zu viel und ich behaupte daher in der Alternative H1 genau das Gegenteil. Die Wahrscheinlichkeit, einen grünen Gummibär aus der Tüte zu ziehen, soll also nicht bei 20%, nicht bei 0,2 liegen. Um nun den Ablehnungsbereich zu bestimmen, ist es immer sinnvoll, sich eine Skizze von der Wahrscheinlichkeitsverteilung zu machen. Aber natürlich ist dabei immer die Frage, wo genau die höchste Wahrscheinlichkeit im Histogramm liegt. Weiter links in der Mitte oder doch weiter rechts? Die beste Idee dafür erhältst du aus dem Erwartungswert, der für binomial verteilte Zufallsvariablen dem Produkt aus n und p entspricht und tatsächlich immer in unmittelbarer Nähe der größten Wahrscheinlichkeit liegt. Links und rechts davon ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen kleiner. Ergibt Sinn, irgendwann hast du mal kennengelernt, dass sich das Histogramm für kleine Erfolgswahrscheinlichkeiten nach links verschiebt. Es ist übrigens auch vollkommen okay, die Verteilung durch so eine Kurve anzudeuten. Aber bitte immer daran denken, dass es nur ganze Gummibärchen geben kann und es sich um eine diskrete Verteilung handelt. Nun bist du bereits in der Lage, die erste Vermutung für dich zu gewinnen. Wenn man 20 grüne Gummibärchen erwarten kann, puh, dann scheinen 29 doch schon ziemlich viel zu sein. Eine ziemlich große Abweichung vom Erwartungswert. Wie groß die Abweichung vom Erwartungswert in deiner Stechprobe aber tatsächlich sein darf, das wird dir durch das Signifikanzniveau Alpha vorgegeben. Die geometrische Idee hinter diesem Niveau ist vergleichbar mit dem linksseitigen Hypothesentest. Man sucht sich ein paar Balken aus dem Histogramm zusammen, stapelt sie übereinander und fordert, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau ist. Hier bei uns zum Beispiel funktioniert das mit den Balken 28 und aufwärts. Würde man den 27. Balken noch mit dazu nehmen, dann ist man deutlich über diese 0,05 hinausgewachsen. Merke dir also schon mal die Grenze 28. Rechnerisch musst du die kleinstmögliche Erfolgszahl g suchen, für die die Wahrscheinlichkeit, mindestens g Erfolge zu haben, kleiner oder gleich 0,05 ist. Dieses mindestens g Erfolge berechnest du in der Binomialverteilung immer über das Gegenereignis. In diesem Fall also 1 minus die Wahrscheinlichkeit für höchstens g minus 1 Erfolge. Und auch das solltest du aus der Binomialverteilung kennen. Das Gegenereignis zu dem mindestens muss immer eine Erfolgszahl weniger aufweisen. Am Ende musst du also mit dem Taschenrechner oder dem Tafelwerk nicht die Ungleichung links lösen, sondern diese hier, formuliert mit dem Gegenereignis. Vereinfachen wir das Ganze aber noch ein wenig. Die 0,05 auf die linke Seite, die Wahrscheinlichkeit für höchstens g minus 1 Erfolge auf die rechte Seite. Übrig bleibt eine relativ einfache Frage. Wann ist die Wahrscheinlichkeit, höchstens g minus 1 Erfolge zu erzielen, größer oder gleich 0,95? Eine Frage, die du jetzt wirklich mit dem Tafelwerk oder dem Taschenrechner durch einfaches Probieren lösen kannst. Für unsere Binomialverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert 20 bestimmst du demnach rechts vom Erwartungswert die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Für höchstens 25 liegt sie bei 0,9125, für höchstens 26 bei 0,9442 und schließlich für höchstens 27 bei 0,9658. Erstmals größer ist also die Wahrscheinlichkeit bei höchstens 27 Gummibärchen. Aber, und das löst immer ein wenig Verwirrung beim rechtseitigen Hypothesentest aus, 27 und mehr Gummibärchen in den Ablehnungsbereich zu packen, das wäre einer zu wenig. Rein formal entsprechen die 27 Gummibärchen nämlich dem g minus 1. Die kleinstmögliche Erfolgszahl g, bei der die Wahrscheinlichkeit mindestens G-Erfolge zu erzielen kleiner als 0,05 ist, liegt also bei 28. Der Ablehnungsbereich beginnt mit 28 Gummibärchen und nicht mit 27. Mit dieser letzten Überlegung ist die Entscheidungsregel recht einfach formuliert. Befinden sich unter den 100 Gummibärchen weniger als 28 Grüne, so kann die Aussage der Firma nicht verworfen werden. Wir sollten der Firma Glauben schenken, dass der Anteil der grünen Gummibärchen bei 20% liegt. Befinden sich jedoch 28 oder mehr Grüne unter den 100 Gummibärchen, so ist die Abweichung vom Erwartungswert 20 so signifikant, dass die Nullhypothese verworfen werden sollte. Stattdessen ist aufgrund des Ergebnisses in dieser Stichprobe der alternative Glauben zu schenken. Wenn ich also wie im heutigen Video eine Tüte Gummibärchen öffne, in der sich 100 Bärchen befinden und von denen genau 29 Grün sind, dann kann ich mit 95%iger Sicherheit sagen, dass die Aussage der Firma nicht zutrifft. Zumindest in meiner Stichprobe scheint der Anteil der grünen Gummibärchen statistisch nicht bei 20% zu liegen. In Real Life hingegen habe ich immer das Gefühl, dass die roten Gummibärchen häufiger vertreten sind. Aber da lasse ich mich vielleicht einfach von den beiden roten Geschmackssorten beeinflussen. Wie viele rote, grüne, gelbe und weiße Gummibärchen es am Ende tatsächlich in so einer Haribo-Tüte sind, das entscheidet wohl der Zufall. Zumindest schreibt es Haribo selbst so auf ihrer Homepage. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020